Was ich hier mache? Ich bin auf einer Mission. Ich will Rache. Die Königin, sie hat meine Schwester entführt. Was kannst du laut sagen? Aber ich habe ein paar Fragen. Ist das süß? Wir reden mit einem Murfel. Oh mein Gott. Wie kommt das alles aus deinem Kopf? Wie kommt das alles aus deinem Kopf? Also was ist das hier für ein Ort? Was hat es mit diesen Huckepackritten auf sich? Ja. Sieht so aus, als würden einige Punkte fehlen. Ja. Wie war noch mein richtiger Name? Okay, wir sollten los. So viele Fragen. Wie kommt das aus deinem Kopf? Uff. Und dafür bekommst du sicher Kopfschmerzen. Schau. Okay. Was hatte es mit diesen Huckepackritten auf sich? Wupp, wupp, du Huckepackritten auf sich. Oh, so sieht das also aus, wenn du auf Wurf bereit bist. Gut zu wissen, dass du nichts dagegen hast. Sobald wir ein Höllenfeuer brauchen, lasse ich es dich wissen. Nee, nee. Pew, pew, pew. Ja, ihr wart alle irgendwie wow. Und die Roboter waren irgendwie boom. Ich habe mich noch nie so unaufhaltsam gefühlt. Wie sieht, äh, es sieht so aus, als würden dir ein paar Punkte fehlen. Lich, lich, schniff, 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 schniff. Oh, je. Oh, tut mir leid, dass ich dir das sagen muss. Wir müssen also erst mal Punkte finden. Ich werde dir helfen, Punktologen zu finden. Ein Punktologen. Tut mir leid, dass ich dir das sagen musste. Wir müssen also erst mal Punkte finden. Pew, 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 pew. Falls wir auf irgendwelche Punkte stoßen, gehören sie dir, versprochen. Ja. Pew, pew, pew. Gerne. Wir sind schließlich ein Team, oder? Du hast verdammt nochmal recht. Also, was ist das hier für ein Ort? Das Tal der Würfel? Hm, ich dachte, die Würfel der Königin wären der einzige persönliche Würfel. Wie mein extrem mächtiges Haustier? Schöp, schöp, schlup, schlup. Ich habe Märchen über Würfel und Würfelspieler gehört, aber ich hielt sie ja für Märchen. Oh, schniff, schniff. Das klingt so traurig. Wie war noch mit der richtige Nase? Okay, wir sollten los. Ja, wir beide bringen Random zu Fall. Ja! Hey, warum rennt ihr weg? Okay, wir müssen jetzt erstmal gucken, ob wir hier noch welche, noch irgendwelche Sachen mitnehmen müssen. Aber es sieht nicht so aus. Sehr gut. So, ich denke, das müsste eigentlich auch ein Speicherpunkt gewesen sein. Ja, jetzt kommt es weg. Leute, was haben wir jetzt hier? Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? In zwei Stadt hat jede zwei Persönlichkeiten Tag für Tag bestimmt... Was? Oh. Ähm. Ähm. Okay. Ah, wir müssen zwar... Oh nein, was ist das? Ach, das sind Häuser. Das sind Teekannhäuser. Okay, wir müssen zwar eilen. Ganz schnell eilen. Wir sehen die gar nicht. Wir sind gar nicht da. Es ist genug und gruselig. Hilfe, 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 la, 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 la. Wir folgen dem Geist, der wahrscheinlich unsere Schwester ist oder etwas mit ihr zu tun hat. Oder weiß, wie wir sie finden können. Oh nein. Oh nein. WTF. Äh, okay. Verdammte Einpunkterin. Du hast nichts verloren, Einserin. Das ist aber nicht nett. Ich habe alles erlebt wie Tiere. Manche Tiere leben gar nicht so gut. Äh, gar nicht so schlecht. Oh! Die dörten Trash-Cyclops. Shut up! Shut up! Shut up! Shut... What is going on here? Die anderen Kids, die haben gesagt, ich wäre eine dreckige Einzigerin. Sie ist sie auch. Oh, oh, oh. Die Dice doesn't lie, Kinder. Schon, aber sie hatte nur Glück. Sie ist eine Einzigerin. Sie ist eine Einzigerin. Du denkst, du bist flüge, als ein schwarzer Blatt. Als er schwarzer Blatt. The Black Dice? Um, uh, I mean, no. I, I just... Aha! Oha! Ah, WTF. Gegen Mobbing gehen die vor, muss ich schon sagen.